Hallo bei der Frage des Tages. Wir fragen die Leute heute, was sie besser finden. Das alte Grün oder das neue Blau der Polizei. Ab geht's. Achso, was hältst du von der Farbe? Ich soll sie mal eintrinken, dann werden sie besser auf Blau. Wenig. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Die hießen immer schon die Grünen und jetzt haste sie die Blauen. Ja, also ich denke, das ist ein bisschen, hätte das Grüne vielleicht ein bisschen anpeppen können, aber jetzt die Farbe komplett grundsätzlich zu ändern, hatte ich nicht für so eine geschickt, weil das einfach auch mit, ich denke mal, unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Das ist mir scheißegal. Schicker einfach und es sieht nobler aus, es ist nicht mehr so, so öle. Nein, Grün. Ja. Das ist die Farbe gut. Polizei? Mir das Blau. Grün. Warum? Finde ich es eleganter wie in Italien. Die Carabinieri sind auch eleganter aus als diese Grünen. Außerdem komme ich aus Hamburg und da sind die auch blau und gefällt mir besser. Ja, es muss ja mal ein bisschen Farbe auch hier mal reinkommen ins Land, ne? Ja. Ja, vielen Dank. Schwarz, Rot, Gold, das reicht ja nicht alleine. Es muss ja mal was anderes sein, weil... Grün gefällt mir besser als Blau. So einfach. Ja, jetzt hatten wir gerade vor, noch einen Polizisten selber zu Frage Blau zu befragen, noch er durfte nicht antworten. Und die Mehrheit der Bürger in Münster tendiert zur neuen Farbe Blau.